Ich glaube, ich weiß nicht, wie es geht. Und die Leiter. Wie konnte ich denn da springen? Ach so. Okay, da haben wir jetzt nichts gewonnen. Oh, ist das laut. Das ist ja schön. Oh. Oh. Nein. Nein. Oh. Das ist geil. Das ist mies. Komm schon. Komm schon. Ui, ui, ui. Äh. Aber ich hätte gerne mal unter den Tod da gesehen. Okay. Okay, wir müssen noch weiter. Aber wie es scheint, haben wir es abgehängt. Nein. Haben wir nicht. Nein. Haben wir nicht. Okay, das war nicht der Weg. Aber wo müssen wir lang? Wo muss ich hier lang? Baby. Ach so, ja. Ich vergesse mal, dass ich für einen Kratzen Move habe. Ja. Willst du. Da bist du. Oh, oh, oh. Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn das für ein gestörtes Märchen oder was auch immer? Das ist übelst kranker Scheiß. Sie hingen da schon seit Tagen und ich hörte, wie die Kränen ihr Hirn aus dem Schädel hackten. Let's go, was ist denn das schon wieder? Ach du Scheiße, ist das das Kleinkind? Oh, fuck. Okay, offensichtlich kein Kinderspiel. Das ist hart. Was? Wir laufen mal ordentlich. Alter, wie der läuft. Das regt mich auf. Hier sterben Menschen. Ja, da könnte man in ein paar Jahren immer noch unterwegs sein. Eine Ewigkeit. Und ich sah ein Licht zwischen diesen dornen Ranken. Was ist das? Okay. 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 Ich weiß die Licht, Tuva hat gesagt. Und ich vertraute ihm. Sozusagen ein Wächter. Das ist seine Bibliothek. Aber der ist cool, der will uns nicht töten. Also korrigine aufmerksam wird. Da war der Tränen, die nicht heil war. Ich komme ins vídeo- umgeheirte Mitfächer zu dürfen. Kaiser Nils und seine Frau Magdalena haben lange Zeit gelandet. Ja, so weit klingt es wunderschön, diese Geschichte. Und dieses wunderschöne Leben nahm eine gestörte Wendung. Der Prinz war die einzige Sache, die die Schmutz in seinem Herz gehalten hat. Ein Tag, Prinz Ulrich schlug. Die Doktor haben alles versucht, aber er wird immer stärker und stärker werden. Sie erzählten King Nils über eine mythische Blut, dass die Geist wurden, die für Sie eine Schmutzung zu nutzen. Ja, und genau das ist immer wieder der Fehler, wenn man versucht, das Leben unnatürlich zu verlängern. Und so viele Menschen müssen sterben, um ein Leben zu retten. Okay, aber die Illustration, oder wie, ja, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, mir gefällt das, wie diese Storyteile hier vorgetragen werden. Ich finde das zauberhaft. Ja, und wie das Schwert dort in dem Kopf steckt. Super, wo ist er denn hin hier? Der Wächter der Geschichten oder und so weiter und so fort. Also wenn der Mountain King, praktisch der Berkkönig. Äh, ja, es kann halt krass werden. Warte auf mich. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ulle wished he could stay in the warm light of the library. But he knew that he needed to reach the mountain and find Lillemur. Das ist aber auch, ja, das werden wir herausfinden. Let's go. Oh, mein Freund. Das war wunderschön. Ich komme. Ich komme. Das ist nicht meine Schwester. Das ist ein hässlicher Dämon. Ich wusste, dass es mein Ende sein könnte. Doch ich rannte dem Verderben entgegen. Alter, ich sollte Geschichten schreiben. Das ist ein hässlicher Dämon. Ich bin ein hässlicher Dämon. Ich bin ein hässlicher Dämon. ja warte noch mal die hatten auf den rücken das irritiert mich okay ich nehme an hier noch einen baum verstecken ich habe es nicht so scheiße mit dem kontrol es ja 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 Okay, nicht so nice. Okay, das bringt auch nichts. Ich muss an der in den Rücken rankommen, glaube ich. Mit Lacher ist schlimm. Aber wie kann ich da hin, dann? Wie kann ich hinter dir? Die können ja einen kleinen Trip einbauen für mich. Okay. Okay. Oh fuck. Tut mir leid, Leute. Vielleicht schneide ich, dass du bist. Okay. 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 Dann geht's um die Hände zu dir. Was ist denn mit dir los? Wieso bist denn du so böse? Wieso bist denn du so böse? Wieso bist denn du so böse? Oh komm. Oh nein. Ich hab's doch fast gehabt. Wieso bist denn du so böse? 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 Oh, Alter, ich bin so angespannt. Oh, das war's schon. Oh, das war's schon. Okay, also wenn man sich zusammenreißt und konzentriert, ist das gar nicht mal so schwer. Und die äußere Baumreihe, Leute, wenn ihr das sagt, die äußere Baumreihe als Deckung. Oh Gott. Oh Gott, ich dachte, es ist vorbei. Oh Gott. 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 Ich bin Steinaldum, Skates! Gehtrandi, Verja! Steinaldum, Skates! Ich seh keine mehr hängen. Aber jetzt los, hol sie dir. Ach, komm schon! Gehtrandi, Verja! Gehtrandi, Verja! Das war's für heute. Und das muss es doch mal sein jetzt. Ja, du Mithfield. Okay, beruhig dich. Aber es ist so schön. Lass einmal noch. Einmal noch. Okay, einmal noch. Okay, Ruhe jetzt. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.